Oh, ich hab gepinkt! Guten Morgen alle zusammen im streamen! Wir spielen ein bisschen Project Argo mit dem Maximi und der Geisha, also wir werden mal testen. Dies neue Projekt von Bohemia, das ist eine Prototyp-Version, die regelmäßig ihre Karten Ola, hi! Wie geht's dir? Mal gucken! Airdrop ist gut. Den kannst du nämlich auch noch dingsen. Ich konteste jetzt mal. Okay. Ja, ich stand neben dir. Ich hatte den Airdrop im Blick. GG würde ich sagen. Ja, läuft. Läuft. Ich hab's auch einmal gemacht, dass ich angeschossen wurde. Und dann habe ich mich einfach hingelegt in so einen Busch und hab da noch drei Leute am Airdrop weggeschossen. New Tasker, capture the mission objective. Ich bin nicht verschluckt, ey. Ich will ins Auto einsteigen. Geht nicht. Geht nicht, tatsächlich nicht. Okay. Meine letzte Runde war auch sehr lustig, wo ich gespielt habe. Dieses Uplink. Ja. Dass die da geheult haben teilweise. Ich brauche Hilfe bei mir. Oh, schön. Ich war mit meinen Tastenbelegungen beschäftigt. Ach so, ich kenne das Problem. Oh, Schüsse. Bisse aus, haben wir noch Kompass, Westen, Nordwesten. Bin kurz vor dem objective. Ich hab' noch 160 Meter, aber ich hab' mich ein bisschen. Also ich steppe die Steps, verwirme dich noch tatsächlich. Mein eigener Steps. Ich hab' die ganze Zeit das Gefühl, alle sind da mir. Ich bin da oben. Aber der ist noch so 150, 160 Meter weg. So, guten Morgen, Juli. Grüß dich. Okay. Ah, ich hab' Deckab' von da oben. Das ist schön. Oh. Ich hab' geschossen. Oh. 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 Also die Schüsse sind dicht bei und ich liege mitten im Raum. Lad mal nach. Holz. Mit 8 Schuss kommst du nicht weit. Ach. Panzerbrechend. Hohlspitz, Explosivgeschosse. Du darfst Quatsch. Oh. Oh ja. Okay. Das ist schön. Ähm. Wie Schule. Gut geschlafen. Haben wir gut geschlafen. Wir haben auf alle Fälle geschlafen. Wir haben geschlafen. Wir haben geschlafen. Also geschlafen haben wir. Und so. Und geschlafen. Ja. Ich starte von Echo. Ich weiß nicht. Wann haben wir Feiern gemacht? Um 3. Roundabout. New Tasker. Capture the mission objective. Oh. Freddy. Freddy. So macht ihr mal. Ich muss schreiben. Ja super. CG. Danke. Danke. Ich bin nicht mit Pech auf. Ich bin still. Sorry. Komm mal hinterher. Hm. Du läufst mir hinterher. Das ist sehr gefährlich. Das weißt du. Das sollte man nicht unbedingt tun. Naja. Gerade bei Armour bin ich einer der äh. Entweder Bugs findet. Oder schnell umfällt. Okay. Wow. Hinter uns quasi. Link nach Großkaliber. Aus Westen. Aus Westen. Ja. M-10. Oder sowas. Glaub ich. Ich kann die nicht spotten. Okay. Schuss auf mich. Wir haben objective. Au. Oh. Fuck you. Stirb. Ah. Ich hab ihn aber noch erwischt. Alter. Ich seh das gerade wieder. Alter wie ich nicht tot bekomme. Alter ist das laut. Da ist noch einer. Oh Gott. Du tötest jemand des Todes bei mir. Nee. Nee. Ich hab ihn so sehr gefällt. Sehr nice. guten morgen josef ja auf jeden fall es fühlt sich anders an als armer finde ich ja aber ich finde es aber ich finde es läuft flüssiger als armer das kann schon sein ja immer gut ich habe armer seit der neuen grafikkarte auch wenig gespielt sexuelle frustration ich hab's gesehen es ist einfach ganz ehrlich dieses ständige sterben respawn sterben respawn und sterben respawn ist nicht meins da so ein kollege ach so klar muss er noch auswählen ich war eben noch drin also battlefield 1 ist ein bekannter von mir ganz ganz begeistert von sagt es mal wieder einer der besten battlefield teile ever die leute die es mögen ist es bestimmt okay und und auch ganz nice aber meins ist es halt nicht sagen wir es mal so das was ich gesehen habe hat mich jetzt nicht geflasht aber ich wäre schon neugierig aber halt nicht für das gilt richtig wenn sie teilweise siehst dass diese diese die die dings version die 130 euro ja gut ich habe mir jetzt auch ein spiel für 120 bestellt ja aber schule ist das battlefield 1 ist ein komplettes arcade game ja ja es ist sehr karte lasst euch ja das ist das ist einfach nicht wirklich realistisch ist mir leid und deswegen ist es einfach nicht meins ich habe noch nie battlefield gespielt ich habe noch nie wirklich cod und sowas gespielt weil das einfach nie meins war ja ja also modern warfare fand ich damals gut das habe ich damals klagenmäßig gespielt und das war damals auch noch nicht so arcade lasse ich also da konnte so die hüpfen und ballern oder so eine schmerz ich meine hinlegen kann ich mich auch in rainbow ich letztens für geflägt von scheiß die spieler das ist so erschrocken ich habe keine andere taste gefunden ja das habe ich aber letztes mal auch gehabt baller auf den typen er legt sich hin und denkt erst der ist tot und rennt weiter und der schießt freddie sagt einfach bescheid das sollte kein problem sein noch sind wir zu dritt und ich glaube das sind 500 teams naja josef kommt noch und dann werden wir zu 5 quasi ja freddie bräuchte noch eine stunde aber das auch gerade sie mag battlefield nicht wahrscheinlich fehlen da die zombies tatsächlich polar den single player habe ich bei battlefield 1 gesehen der hat mir ganz gut gefallen tatsächlich das fand ich ganz gut also hier beim letzten battlefield teil davor da habe ich auch den single player noch gespielt die fand ich auch nicht ganz klar aber ziemlich kurz das ende war ein bisschen schade also so vorbei die mk1 spielt sich in die scheiße glaube ich naja ich versuche es noch mal also diesmal mit dem scout mk1 den hat es vorher noch ja das ist ab linken keine zwei nach a und zwei nach b und daran müssen wir nur zu m glaubt jemals hinterher das geht hier mit der ablenk hoch das sieht übrigens ziemlich geil aus mit dem ablenk genau wir gehen zu zwei und die bei der anderen seite gehen gehen am besten zu m b und m sind eigentlich auch die einzigen punkte wo du vorher gefecht am anfang hast du musst die maus sensibilität auch irgendwie ändern ey das ist ja ich weiß noch als ich am anfang immer vor den türen gestanden habe und nicht raus gekommen weil ich die scheiße nicht gekriegt habe ja 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 so zwei haben sie noch nicht werfen wir einen blick auf die straße sind schon drüber an der kirche gut dann gehe ich halt doch zu m über den garten hier ja ich gehe ich gehe mal bei denen zu zwei wow 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 schüsse bei uns was ist das? was ist das dieses was? angeschossen da war einer hab er gefunden doch den rifle mann ich treffe einfach nix airdrop has landed in the area du respawns eine weile neu bis die response verbraucht sind der extrem schnell gezielt das war gut okay die sind an zwei dran bei m ist auch einer von den aus er hat mich gerade ziemlich gut weggeschossen die man selbst ja bei m rechte rommeltonne Gutes Auto Am blauen Haus am Objective ist er, ne? Ah, hab ich den wenigstens noch? Nein, nur angeschossen. Ach, der Lux schon wieder. Der Lux ist gut. Alter, fall doch um. Ach, der Lux, ey. Der soll den scheiß Punkt einnehmen und uns hier wegballern. Noch zwei Max. Alles klar. Oh, das ist einer von uns. Oh, bei den. What the fuck, hab ich mich erstocken. Wo ist ein M? Verdammt X. Einer hab ich hier gekrötet grad. Okay, jetzt bin ich durch. Ja, Josef. Leiser machen. Oh, ist das laut. Gut. 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 Gut.